Was geht ab Freunde und herzlich willkommen hier zum zweiten Titan for Let's Play mit eurem Joe und ja Freunde ich würde mal sagen wir sehen uns gleich direkt im Game wieder also bis gleich Ja Freunde und hier sind wir auch direkt im Menü und wir werden wieder hier unseren Schicksal auswählen und unseren Optimus Prime und ja Freunde ich hoffe das wird heute mal ein bisschen besser laufen als letzte Woche hier da war ich nicht ganz so zufrieden mit meiner KD und das kann alles noch ein bisschen besser werden und ja Freunde wenn ihr irgendwie eine Idee haben solltet für irgendeine Serie bezüglich hier Titanfall mir ist bisher leider noch nichts eingefallen also schreibt alles in die Kommentare klatscht da alles rein was euch einfällt ich werde mir das auf jeden Fall durchlesen und versuchen das dann schnellstmöglich umzusetzen und ja Freunde ansonsten heute ist Montag und Montag ist immer Scheißtag ja Freunde Montags ist immer richtig beschissen das macht gar keinen Spaß da ist immer richtig hier die Action los und das muss alles nicht sein und boah hier sind wieder die ganzen Bots ne eigentlich geht es heute eigentlich soweit also der Montag war bisher relativ entspannt ich hatte heute in der Schule eine dreistündige Klausur in meinem Leistungskurs in Deutsch und ja das war ein bisschen anstrengend aber es ging eigentlich klar soweit und ne nach der Schule war ich dann beim guten Ernie und wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet es gibt heute schon seit 18 Uhr unseren neuen wöchentlichen Uploadplan und ja das war heute mal richtig lustig da sind so ein paar Pannen passiert und wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet guckt euch das auf jeden Fall nochmal an und lasst einen Like da wenn es euch gefällt würden wir uns natürlich sehr drüber freuen ja und ansonsten was stand noch so an Freunde was stand noch so an ja morgen ist der gute Ernie dran mit Call of Duty Ghost und wenn ihr da irgendwelche Fragen an ihm haben solltet der beantwortet morgen ja eure Fragen aber ja und ich hab da auch schon so ein paar lustige Vorschläge gelesen wie zum Beispiel Ernie wann hattest du dein erstes Mal und war das schön und mit Blümchen und Bienchen und so ein Shit ja Freunde schaut das auch bei dem einfach in die Kommentare damit der Junge weiß was soll ich denn da überhaupt für Fragen beantworten ja weiß der auch gar nicht was ihr da alles wissen wollt von ihm aber da gibt es bestimmt einiges und deswegen schreibt ihm das einfach mal hin und ja Donnerstag sag ich schon Donnerstag ne am Mittwoch bin ich dann wieder dran Freunde mit Dead Rising 3 und ja Freunde ich verspreche euch ich werde da auf jeden Fall ein bisschen meine Klappe mehr halten vor jedem also auf jeden Fall in den Dialogen oder in den Spielszenen wo irgendwas gezeigt wird damit ihr das auch wirklich gut verstehen könnt und ja das kriegen wir auf jeden Fall hin ja letzte Woche war die Facecam hier noch nicht mit am Stizzle aber wenigstens ist das heute da ja da haut er mich direkt um hier der andere Titan aber wir haben jetzt auch unseren Optimus Prime hier und den Regiment erst mal direkt hier hin bestellen so mal gucken ob der auch rechtzeitig kommt hier in ein paar Sekunden hier ist er auf jeden Fall da so da ist er so und jetzt wird geschehen Freunde jetzt wird hier mal ein bisschen rasiert hier aber richtige Nassrasur und so dann haben wir doch auch hier schon den ersten gegnerischen Titan die wir hier haben und Freunde das wird das wird eine enge Geschichte so der ist kaputt der ist kaputt wir kriegen aber leider nur einen Assist hier da habe ich doch irgendwas hochfliegen sehen wahrscheinlich der Pilot ja da vorne ist er boah Freunde ich krieg den ich muss den kriegen krieg den lauf Junge boah das kann nicht sein das kann doch nicht sein so da haben wir ihn auch bekommen hier so muss das laufen so macht das auf jeden Fall richtig Spaß und da haben wir schon die nächsten hier an der Backstelle was willst du hier du kleine Pissnake du so aber fuck der gibt aber auch hier richtig Gas der ist mich auch hier richtig am Nerven was ist denn los mit dir wir kriegen wieder nur ein Assist das kann doch nicht sein was ist denn da heute los aber da war doch hier wieder ein Pilot oder sowas hier war doch irgendwas habe ich doch hier gesehen hör mal ja Freunde gestern gab es Slender und boah das war so creepy hör mal das war so gruselig und ja ich bin diesen Sonntag dran mit der nächsten Folge von Slender der Ernähr der hat es jetzt erstmal hinter sich und da kann der auch wirklich rot war sein also ich habe da echt heiden Respekt vor vor dem Game und ich werde mir auch richtig in die Hose scheißen das könnt ihr mir glauben aber für euch wird das natürlich wieder eine richtig lustige entspannte Angelegenheit obwohl ich auch gelesen habe dass ihr zwischendurch auch wirklich Angst hattet weil wir einfach hier so viel rumschreien mussten aber Freunde wenn ihr da so nach vor sitzt dann seid ihr so tief in dieses Game einfach mit einbezogen da ist das einfach richtig schlimm und wir hatten ja auch noch so Kerzen und sowas alles rumstehen und boah das war echt richtig intensiv so vom Feeling her aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf das am Sonntag für euch machen zu können und bin echt gespannt was mich da erwartet ich habe da echt richtig Angst vor aber ich kippe den nicht kann doch nicht sein so da ist er doch ja läuft bisher so vom Gefühl auf jeden Fall besser als letzte Woche aber ich muss gleich erstmal unsere Stats hier checken damit ich überhaupt eine Ahnung habe warum kommen die hier denn alle angeflogen kann ja nicht sein so hier ist doch wieder der ist da jetzt reingekommen Freunde der kriegt jetzt hier erstmal die Fashes und boah ich muss hier weg ich muss hier weg sonst bin ich auch gleich platt ja da kommt weg von der Seite einer und so da hat unser Optimus Prime den Geist aufgegeben oh fuck it fuck it Freunde ja was war ansonsten heute noch so den bekommen wir ja heute Montag wie gesagt Scheißtag ich war aber trotzdem mit dem guten Ernie ein bisschen in der Stadt unterwegs und wir waren was essen und ja wir waren ein bisschen Chinese Food hier essen und das war auch richtig lecker und kann ich euch auch nur empfehlen also wir hatten gebratene Nudeln mit Huhn und gut war das so einmal der jetzt auch von hier oh fuck oh Freunde das läuft heute mal ausnahmsweise heute läuft das ausnahmsweise mal da bin ich auch richtig froh drüber ja ansonsten waren wir noch in der Stadt weil mein Rucksack natürlich mir genau heute kaputt gehen musste kurz vor der Schule als ich noch im Bus war und aussteigen wollte da ist mir unten der komplette fucking Boden ausgerissen ja und dann lagen wir mal ganz entspannt die Schulbücher am Boden und ich stand da wie so ein Depp und da waren noch ein paar Vibers ja und das ist dann kaum peinlich gewesen naja sowas passiert natürlich meine Freundin hätte sich natürlich wieder kaputt gelacht und gesagt hör mal was bist du denn für ein Depp was ist denn los mit dir aber zum Glück war die nicht dabei Freunde sonst hätte mir erstmal die Nase lang gezogen ja ansonsten wie war euer Wochenende also mein Wochenende war wirklich geil und ja das sieht doch hier ganz gut aus ich glaube unser Team ist am gewinnen da muss ich mich erst mal verpissen auf jeden Fall kein Bock und würde mich auf jeden Fall interessieren was ihr so alles getrieben habt und ja schreibt mir das auch einfach mal in die Kommentare wäre auf jeden Fall mal eine interessante Sache also ich war ja wie gesagt mit meiner Freundin unterwegs und boah wir haben sogar gewonnen hier Homes ihr habt mal ein richtig geiles Game gemacht und wir versuchen hier noch ein paar Abschüsse zu bekommen so den kriegen wir noch hier weg und ja fuck it den habe ich auf jeden Fall nicht mehr gesehen ich glaube der ist auch gerade erst gespawnt und ich gucke mal ja komm Freunde eine Runde machen wir auf jeden Fall noch ich habe ein gutes Gefühl heute das kann auf jeden Fall so weitergehen so ich sage dann auf jeden Fall mal bis gleich wir werden jetzt nochmal hier gleich kurz unsere Stats gucken und abchecken was so war ich kann mal eben gucken ja 7 zu 2 Freunde das läuft auf jeden Fall und ja die anderen waren auch ganz gut unterwegs würde ich mal so sagen nee die waren auf jeden Fall eine gute Gruppe hier und ja Freunde ich schneide das jetzt auf jeden Fall mal und sage mal bis gleich ja Freunde hier sind wir auch schon direkt in der zweiten Runde wir verändern hier nichts an unseren Optionen ich habe auch bisher noch nicht so viel freigeschaltet wir sind ja erst Level 20 nee Kollege Barfuß Call of Duty Ghost möchte ich jetzt erstmal nicht zocken ähm vielleicht ein andermal und wir haben jetzt hier auf jeden Fall wieder Materialschlacht und ja die Map die habe ich auch noch gar nicht gezockt und boah was fliegen denn hier für Wesens rum wenn man das sieht aus wie so Dinosaurier keine Ahnung und das müssen das sind alles Bots das sieht man schon dass das hier alles Bots sind die hier so beschissen da rumstehen jetzt habe ich auf jeden Fall meine Position hier freigegeben und ja ich habe soweit heute auf jeden Fall schon mal alles angesprochen worauf ich zu sprechen kommen wollte und wir können uns jetzt hier mal ganz entspannt nur auf unser Gameplay konzentrieren und ja was ihr hier direkt weggeholt hier mit der Shotgun in die Phrase ja 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 so sieht das aus Freunde so sieht das aus auf jeden Fall kann man hier im Titanfall vom Skill her auf jeden Fall noch einiges raushauen ich habe es auch noch nicht so viel gezockt deswegen geht das alles natürlich noch ein bisschen besser aber die erste Runde war auf jeden Fall ganz gut bin ich mit zufrieden so jetzt müssen wir den hier mal versuchen wegzubekommen boah Freunde hier war doch direkt der nächste da ist direkt der nächste hier aber der Pumpgun Motherfucker der hat uns auf jeden Fall hier dick am Kicker und kann ja nicht sein das kann ja nicht sein ich will hier mal meinen Titan haben diese Bots die sind aber auch richtig geil hier komm bash hier erstmal den Bruce Leakig hier wieder in die Phrase aber ist der da immer noch in der Ecke wo war der hier ist doch gerade einer gestorben bin ich blöd oder was boah was ist denn hier los so den Kicker no 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 ey war der das jetzt wieder aber warst du das er war es wieder Freunde wir haben unseren Optimus korrekt da freue ich mich immer am meisten drauf wenn der hier rauskommt und boah da ist einer aber ich spawne und bin direkt weg ja wieder der Pumpgun Motherfucker nee Kollege Partytime ist nicht gerade ich bin nicht so in Partytime Laune immer Party 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 oder was so ich will meinen Optimus hier haben so komm komm ran hier der steht da hinten und ist irgendwie ich hab den mal in die Verteidigungsmodus gepackt nicht hoffentlich so komm rein da ja korrekt Freunde hier sind wir in unserem Optimus und jetzt kann auf jeden Fall das Shaken losgehen hier seh ich da auch schon bam 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 so der muss da jetzt mal haben wir den nicht bekommen oder was der muss da hier sind sie er versucht wegzurennen Freunde da kriegen wir hin korrekt was ist mit dir los der Cheaper auch einfach hier und ja das sieht wieder ganz gut aus hier von den Punkten jedenfalls also auf jeden Fall was unsere Teammates hier machen den kriegen wir auch noch und ja so kann das auf jeden Fall weitergehen Freunde hier war doch irgendwo wieder einer hier hab ich doch wieder irgendeinen rumfliegen sehen ist der jetzt hier in diesen Turm gegangen oder was komm raus können wir hier diese Vögel abschießen die können wir auch abschießen also auf jeden Fall trau ich mich dass die hier wenn ich in meinem Titan bin ansonsten würde ich da erstmal richtig schreiend weglauten ja was ich auch noch gelesen hab Freunde dass ihr gerne Outlast und Amnesia sehen wollt und ja lasst euch einfach mal überraschen was jetzt in nächster Zeit hier so alles auf VGamingTV kommen wird wir haben einiges geplant also ihr könnt euch da wirklich drauf freuen und ich hoffe ihr merkt auch dass der gute Ernie und ich uns hier richtig Mühe geben euch hier bei Laune zu halten und es macht einfach nur mega viel Spaß an dieser Stelle auch nochmal wirklich ein richtig großes Dankeschön an euch Freunde die letzte Woche lief richtig geil und ja so muss das auf jeden Fall weitergehen und ich hoffe dass es auch so weitergehen wird und ja ihr seid einfach die Besten ihr seid die Besten jetzt ist hier wieder Schlacht hier komm hau den weg hier ich will den der explodiert Freunde der explodiert haben wir hier irgendwelche Homies mal am Start ich hab keine Raketen mehr no hau da rein ja korrekt den haben wir auf jeden Fall auch weg wo kommen wir jetzt hier direkt der nächste direkt der nächste Freunde fuck it hab ich hier mal ein bisschen wo ist denn hier mein Support Freunde wo seid ihr denn yo der Bächter einfach rein und wirft den Piloten raus wie so entspannt ist das denn das werde ich mal versuchen hier oben uns erstmal so jetzt können wir hier erstmal die Map beobachten da hab ich doch auch irgendwie schon ein Rennen sehen aber den werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen aber da vorne da vorne so jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen mehr hin boah hier sind sie überall hier war doch einer Freunde hier war irgendwo einer ein bisschen bist du bescheuert verschießt mit dir verweiter du Pisser boah das wird hier zu knapp das wird zu boah das war ja einer manchmal bin ich echt blind obwohl ich hier so ne fucking Brille trage ja ok da werden wir jetzt erstmal hier weggepflückt richtig machste nix so ich bin aber mit dem Gewehr eigentlich ganz zufrieden also wir haben schon ein paar Weapons hier freigeschaltet also wenn ihr da irgendwie mal was anderes sehen wollt irgendwie eine shotgun oder so schreibt das auch gerne mal rein ich bin aber mit der soweit eigentlich ganz zufrieden und ich hoffe dass mich hier nicht so ein dicker Vogel packen wird und boah das war das war auf jeden Fall knapp hier Freunde und der ist doch immer noch da der ist doch immer noch hier und boah bam da haben wir wieder unseren Optimus Freunde wir haben unseren zweiten Optimus und ja boah die zweite Runde die wir gewinnen heute läuft auf jeden Fall richtig so macht mir das natürlich auch am meisten Spaß ganz klar aber wir haben ja auch gute Teammates ja dann wird sie hier direkt weggeholt boah das ist diese Pistil die einem direkt ist hier weg ja ok das war's soweit wir werden jetzt hier noch gucken was wir für Stats 9 zu 5 ja das ist auf jeden Fall in Ordnung wir waren Zweiter hier in unserem Team und ja Freunde ich sag an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für die letzte Woche wenn euch das Titanfall Gameplay heute wieder mit mir gefallen hat dann lasst einen Like da würde ich mich sehr drüber freuen wenn wir sogar die 500 hier wieder knacken und ja schaltet morgen beim guten Ernie wieder ein bei Call of Duty Ghost und ich bin raus euer Joe haut rein und ich bin dann dann ich bin Vielen Dank.